So hallöchen, ein weiteres Video zu RimWorld, ein weiterer Tag und heute schauen wir uns die Gene an. Darauf habe ich mich persönlich sehr gefreut, weil darunter kann ich mir persönlich am wenigsten bisher vorstellen. Ich habe dadurch auch schon in die eine oder andere Modifikation reingeschaut zu RimWorld, wo es um die Genetik ging. Und ich kann mir vorstellen, wie man das hier auch macht oder dass man das hier ähnlich macht, aber ich bin sehr gespannt, wie das RimWorld selbst umsetzt. Denn normalerweise war das bisher in verschiedenen Modifikationen tatsächlich immer eine eher komplizierte Sache. Ich bin gespannt, wie weit sie das jetzt simplifizieren hier in RimWorld oder für RimWorld oder ob sie tatsächlich gar nichts simplifizieren und ob sie es dann wirklich genauso kompliziert machen, wie das dann wahrscheinlich auch ist. Denn letzten Endes in so einem Genpool von Menschen rumzufuschen, das könnte durchaus eine Wissenschaft für sich sein im wahrsten Sinne. Und ja, wir fangen glaube ich erstmal an. Ich habe mir jetzt ein bisschen den Text überflogen, aber ich würde trotzdem ganz gerne erstmal mit euch das Bild, wie immer, versuchen so ein bisschen auseinander zu friemeln. Was auf den ersten Blick schon mal auffällt, man sieht ja sehr, sehr viele Gefangene. Und naja, dahingehend war auch schon mein Verdacht, dass vielleicht die Genentnahme nicht die angenehmste Prozedur ist, die man sich so vorstellen kann. Beziehungsweise, dass das möglicherweise auch mit gewissen, ich sag mal, Gemüseinschränkungen, beziehungsweise halt eben mit Mali verbunden ist, wenn man dann irgendwelche Gene entnimmt. Und auf jeden Fall, wir halten hier schon mal fest, sehr viele Gefangene, die offensichtlich auch verschiedene Genotypen, ich bin mal sehr gespannt, ob ich das gleich alles on the fly übersetzt bekomme. Das wird nämlich, glaube ich, ein bisschen wissenschaftlicher. Es ist verschiedene Genlinien dann eben auch enthalten. Die sehen hier relativ ähnlich aus, die scheinen irgendwie Fledermaus-Ordn oder sowas zu haben und die hier ist bestimmt eine Vampirtante. Und auch hier, offensichtlich irgendwelche Furries, ich habe keine Ahnung. Und das hier, ob das Zombies sind oder ob das irgendwie, das scheinen auch irgendwelche Kruftis zu sein. Also da wird es wahrscheinlich einiges geben. Hier ist dann dementsprechend der Friedhof, der darf natürlich auch nicht fehlen bei tödlichen Genexperimenten. Und was man jetzt hier in der Mitte sieht, das ist eigentlich schon eine ganze Ecke interessanter. Denn da sieht man anscheinend die Anlage, die dafür nötig ist, auch hier auf den ersten Blick erst schon mal relativ groß. Relativ viele Gegenstände, die man dafür braucht. Also das hier ist natürlich die gewohnte Forschungsausrüstung, der Multi-Analyser und dementsprechend die Forschungsbank. Das ist nicht neu, das hatten wir bisher auch schon. Das hier auf der anderen Seite ist neu. Hier die Regale mit den ersten Produkten drauf. Die werden hier tatsächlich auch gar nicht gestackt, wahrscheinlich ganz bewusst, um das ein bisschen besser einsehbar zu machen. Ich gehe stark davon aus, also das hier sind mehrere Gegenstände, die gestackt sind. Ich gehe stark davon aus, wir werden gleich noch erfahren, was das hier ist. Auch das hier unten dürfte neu sein. Ich denke, das wird folgendermaßen geregelt. Man kann da in gewisser Weise Gene entnehmen. Also vielleicht ist das hier so ein Entnahmegerät oder irgendeine Art von Werkzeug, das man dafür braucht. Ich denke, das wird auch tatsächlich ein Wegwerfwerkzeug sein, dass man die Genentnahme an gewisse Kosten bindet. Dass man das nicht einfach umsonst bekommt. Denn das Einsetzen einer genetischen Modifikation, das wird wahrscheinlich, denke ich jetzt einfach mal, nicht besonders schwierig sein. Denn Operationen mit einem guten Arzt in Rimwell sind nie besonders schwierig oder nie besonders risikoartig oder halbhaftig. Allerdings das Besorgen von mächtigen Genen dürfte wahrscheinlich die wichtigste Eigenschaft in diesem, ich sag mal, Strang des DLCs sein. Denn, dass man sich halt eben dementsprechend ordentlich ins Zeug legen muss, um überhaupt erstmal an den Kram ranzukommen. Und vor allen Dingen natürlich auch ordentlich wahrscheinlich in die Börse greifen muss, um sich das dann alles zu finanzieren. Denn offensichtlich sind das hier wahrscheinlich teure Geräte. Auf jeden Fall das hier und das hier scheint man zu brauchen, was auch immer das ist. Ich kann mir vorstellen, während das hier quasi Hightech-Geräte sind, um diese Gene dann zu entnehmen, dass hier ein Arzt das Ganze bedienen muss. Aber letzten Endes natürlich dann der Gefangene oder bei der Genentnahme halt eben der unfreiwillige Freiwillige dann eben hier drauf liegt und dort dann die Gene entnommen werden. Und gleichzeitig dann aber auch wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise ein Umwandeln dieser Gene dann in gewisse andere brauchbare Segmente oder eine Analyse. Also wenn man das jetzt wirklich komplett bis ins letzte Detail mitnehmen wollen würde, müsste man das wahrscheinlich analysieren. Man müsste das aufbereiten, man müsste das vielleicht sogar kopieren. Und ich kann mir vorstellen, diese Maschinen hier, die machen irgendetwas in diese Richtung. Und dann sieht das halt irgendwie so aus. Also das hier könnte zum Beispiel, ich weiß nicht, ein solches aufbereitetes Gen sein, was dann vielleicht sogar eingesetzt wird in irgendwelche Menschen, während das hier vielleicht ja so ein Entnahmegerät ist und das hier die entnommenen Gene. Ist jetzt so eine Vermutung, werden wir vielleicht gleich noch erfahren. Wir sehen gleichzeitig auch hier nochmal diese Biokapseln. Da haben wir im letzten Video ganz zum Schluss nochmal drüber gesprochen, über diese Wetgrowing. Das scheint dann ja so eine Art Kapsel zu sein, in dem dann auch wirklich Menschen großgezogen werden. Wir sehen auch hier schon Menschen in verschiedenen Größen. Ich denke, das hier ist ein kleines Embryo, während die Kinder schon voll ausgereift zu sein scheinen. Und dann geht es dann bis hin zu einem jungen Erwachsenen. Da ist anscheinend alles dabei. Und ja, es sind viele Ärzte hier mit weißen Kitteln am Start. Also offensichtlich gibt es dann auch Klamotten für den Arzt. Ich weiß nicht, ob dieser weiße, ob das jetzt einfach nur ein Mantel ist oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden vielleicht sogar diese Dinge dann, also diese aufbereiteten Gene, vielleicht kann man die direkt schon in die Kapsel einsetzen. Würde zumindest in meinen Augen Sinn ergeben. Und ja, deswegen viel aus dem ersten Bild schon mal rausgedeutet. Jetzt gucken wir vielleicht mal, was dann auch wirklich der Text dazu sagt. Ich habe mir schon direkt gedacht, im ersten Satz kommen direkt schon mal irgendwie, weiß ich nicht, zwei, drei gefährliche Wörter vor, beziehungsweise komplizierte Wörter vor. Also um einen, ich weiß nicht, wie mal einen Xenomenschen kann man glaube ich so übersetzen. Das wird wahrscheinlich so eine, wenn ich das jetzt richtig deute, ich habe das jetzt nicht alles eins zu eins übersetzt und ich habe jetzt auch nicht groß Wikipedia gewälzt. Wir werden das mal so ein bisschen on-so-fly versuchen. Ein Xenomensch wird dann wahrscheinlich so eine Art Mischung aus verschiedenen Genstrengen sein, die jetzt vielleicht nicht unbedingt menschlich sind. Also eine Art, ja, Mischmensch vielleicht, so könnte man das am besten beschreiben. Oder sagen wir mal einen genetisch erweiterten Menschen, das klingt vielleicht ein bisschen diplomatischer. Also um so einen zu kreieren, muss man natürlich als allererstes mal die Gen-Packs quasi erwerben oder finden oder wie auch immer, oder man braucht sie auf jeden Fall. Und das sind kleine Kapseln, die eine Handvoll Gene enthalten. Da gehe ich sehr stark davon aus, das werden die hier sein, denn die scheinen auch unterschiedlich viel gefüllt zu sein, also verschiedene Gen-Varianten vielleicht, wie auch immer. Ich denke, das sind die blauen Kapseln hier. Vielleicht auch diese Dinger, man weiß es nicht. Und die kann man erstmal bekommen, indem man sie von Händlern kauft, indem man sie von Quests bekommt oder indem man sie halt eben extractet, also sprich entnimmt aus Hosts, also sprich Gefangenen, Freiwilligen, wie auch immer. Indem man einen Hightech Gene Extractor nimmt, also wahrscheinlich dieses Ding hier eine Maschine. Es ist letzten Endes nichts Überraschendes, habe ich genauso erwartet. Habe ich auch eben schon so ein Stück weit spekuliert, dass es in diese Richtung geht. Man wird auch, wie in den Mods, das quasi auch schon geregelt ist, man kann diese Gene mit hoher Wahrscheinlichkeit, also man kann sie kaufen, man kann sie von Quests bekommen und man kann sie mit hoher Wahrscheinlichkeit sogar finden, in irgendwelchen Komplexen, in irgendwelchen Belohnungen. Es wird letzten Endes eine Art von Arbeit sein, die man erstmal aufbringen muss, um dann halt an diese Gene ranzukommen. Ob man sie jetzt wahrscheinlich, ich denke mal, das Naherliegendste wird es natürlich sein, diese Gene dann auch zu extrahieren oder halt eben sich zum Start einer Kolonie die dann erstmal solche Gene dann einzukaufen. Die Quests werden wahrscheinlich eher seltene und wichtigere Gene sein, die dann halt dementsprechend schwerer zu bekommen sind und vielleicht eben dementsprechend wertvoller sind, kann ich mir vorstellen. Jetzt steht hier drin, der Prozess ist nicht unbedingt sehr komfortabel oder wahrscheinlich sehr annehmbar, allerdings, also im Ergebnis bekommt man dann tatsächlich dann auch ein ganzes Paket an random, also an random generierten Genen, die dann tatsächlich sich zusammensetzen aus, boah, jetzt wird es kompliziert, also aus gemischten Genen und tatsächlich dann auch aus, ich nehme es mal an, ja, tatsächlich natürlichen Genen. Was man sich jetzt darunter genau vorstellen kann, weiß ich nicht, ich würde jetzt einfach mal wild vermuten, diese natürlichen Genenreihen, ich weiß nicht, ob das einigermaßen gut übersetzt ist, das wird dann wahrscheinlich sowas wie Augenfarbe, Haarfarbe, Körpergröße und sowas sein und diese Xenogene, das wird wahrscheinlich irgendein Mischmarsch sein von Tierohren und hast du nicht gesehen, also ich denke, da wird man Unterscheidungen treffen, allerdings müssen wir da mal gucken, was der Text jetzt weiter sagt. Dann gibt es weiterhin einen Gene-Assembler, also eine Art Gen-Zusammensetzer oder Verarbeiter, wo man dann diese Gene tatsächlich dann kombinieren kann aus verschiedenen Gen-Packs, also sprich, man kann mit diesen Kapseln oder mit diesen Paketen dann auch wild rum experimentieren, man kann sie untereinander kombinieren und daraus dann tatsächlich implantierbare Organe Xenogerm, also eine Colt, also die sind diese implantierbaren Organe, die sind Xenogerm, sind die genannt, also wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie man das übersetzen wird, also man wird das tatsächlich einfach dann was implantieren können und wenn man das dann implantiert hat, dann wird ein Mensch daraus sofort, also immediately wirklich sofort die Eigenschaften daraus halt eben bekommen. So, tatsächlich auch sogar wahrscheinlich die körperlichen Eigenschaften, also es wird nicht irgendwie ein Mutationsprozess dann angeworfen, sondern man bekommt, wenn man das erstmal implantiert hat, sofort die Häschenohren oder hat man, ne, hast du nicht gesehen, also das, was du halt eben in diesen Xenogerms dann halt eben, ja, halt eben festgelegt hast. Ob das jetzt random ist, was dabei rauskommt, ob man das kontrollieren kann, das steht jetzt hier nicht, wie dieser Prozess genau aussieht. Da hätte ich mir persönlich jetzt vielleicht nochmal ein bisschen, ja, mehr Impact, also beziehungsweise ein bisschen mehr, was heißt Impact, ein bisschen mehr Daten oder Informationen zu gewünscht. Aber bisher wird da einfach nur gesagt, du kannst es entnehmen, du kannst es mischen und du kannst es neu zusammensetzen und dann halt anwenden. Das ist natürlich relativ naheliegend, aber wie das genau abläuft, ob das jetzt komplett random ist, ob das Schäden verursachen kann, das steht jetzt hier noch nicht drin, das kann aber vielleicht noch kommen. So, grundsätzlich, wenn man nicht warten möchte, um einen Xeno-Human zu erstellen, also um einen, ja, ich übersetze das jetzt einfach mal als Xeno-Menschen, dann kann man tatsächlich ein neues Spiel starten, indem man schon direkt vorgefertigte Xenotypen dann halt eben auswählt von Startkolonisten und man kann sich aber auch seine eigenen erstellen, direkt von Start an, also sprich, man ist nicht darauf angewiesen, dass man erst so ein riesen Kram hier dann aufbaut, um das dann Stück für Stück aus normalen Menschen, in Anführungszeichen, zu machen, sondern man kann sich direkt von Anfang an irgendwie eine Vampirart oder weiß ich was dann halt hernehmen und dann dementsprechend mit diesem Gen-Stammbaum dann auch spielen. Es wird also anscheinend auch eine ganze Reihe von Xeno-Human, also von Xeno-Menschen-Fraktionen dann dementsprechend auch im Spiel selbst drin sein und offenbar gibt es dazu dann auch später nochmal einen weiteren Blogpost und dementsprechend wahrscheinlich auch hier nochmal ein weiteres Video. Vielleicht habt ihr das sogar schon gelesen, wenn dieses Video kommt. Zu meinem Zeitpunkt, wo ich das die Videos hier aufnehme, gibt es das noch nicht. So, dann gucken wir uns nochmal an, was es für Gene gibt. Darauf bin ich jetzt mal sehr gespannt, inwieweit das dann wirklich auch ins Spiel eingreift. Je nachdem, wie gut oder schlecht diese Gene sind, wird das dann halt dementsprechend einfach nur nice to have, dass man sowas hat oder halt eben super OP. Ich bin mal gespannt. So, was haben wir denn hier? Es gibt wahrscheinlich, das sind wahrscheinlich ein paar Beispiele. Review of you of them, also tatsächlich, wir schauen uns mal ein paar davon, also ein paar davon tatsächlich mal an. Firespew ist, ich gehe mal davon aus, das ist ein Feuerspucker. Ja, das ist ein Träger von Genen, die eben tatsächlich die Möglichkeit geben, Flammen zu spucken, gehe ich mal davon aus, heißt das. Kann alles in einem kleinen Umfeld tatsächlich dann anzünden. Genau wie Leute, Objekte oder halt eben den Untergrund. Und dementsprechend lohnt es sich, es wird auch direkt dazu geschrieben, dass man so ein Fireform Pop Pack dann auch dabei hat. Also sprich, naja, so ein Feuer-Schaum-Rucksack. Wenn man ein flammenspuckender Dude ist, dann macht sich das wahrscheinlich ganz gut, wenn man das Feuer dann auch wieder ausbekommt. So, da gibt es noch die Long Jump Decks, also die Weitsprung-Fühlze. Dieses Gen gibt die Möglichkeit eben über lange Distanzen zu springen. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen die Mechanik des Jetpacks sein, die da drin verarbeitet wird, auch wenn ich hoffe, dass es nicht ganz so weit ist. Und tatsächlich kann man auch Melee-Angreifer, ja, also mit dieser Eigenschaft kann man zum Beispiel Nahkämpfer dann eben entsprechend diese Distanz kurz überwinden lassen, hin zu ihren Feinden. Ich denke mal, das sind einfach Beispiele, die werden jetzt nicht noch ausführlicher benannt. Das sind wahrscheinlich einfach Anwendungsbeispiele. Also so eine Art Jump Jetpack, allerdings in Genform, damit man halt zum Beispiel als Nahkämpfer schneller an seinen Feind reinkommt. So, dann gibt es den, das Fellskin, also beziehungsweise die Fellhaut. Damit kann ein Träger dementsprechend in dickem Fell halt eben eingepackt werden oder die Haut halt eben aus dickem Fell bestehen. Das bringt natürlich logischerweise Isolation und kann sogar die Erscheinung dieser Person ändern. Hier wird nochmal beschrieben, Fell, natürlich, also eine Fellhaut ist natürlich perfekt geeignet für kalte, klimatische Verhältnisse. So, dann gibt es den, hier ist das den Schweif, den Schweif, den man hier hat. Was ist das hier? Oh ja, tatsächlich. Man kann sich quasi so eine Art Schweif hinten anbasteln, ob das jetzt vergleichbar ist mit einem Affen oder wie auch immer. Kann auf jeden Fall dazu führen, dass mit diesem Schweif, den man sich hinten anfügt, dass man dementsprechend dann als fünftes Körperteil oder als fünftes, ja, fünfte Extremität neben beiden Beinen und beiden Armen halt eben die Manipulation erhöht. Das sieht jetzt, das klingt jetzt erstmal relativ seltsam und relativ random. Allerdings ist das hier für Leute, die sich ein bisschen mit den Manipulations- oder sagen wir mal mit diesen Biofaktoren in Rimworld auskennen, tatsächlich ziemlich, ziemlich cool. Denn mit Manipulation steht und fällt quasi alles. Vom Arzt über einen Handwerker, über einen Konstrukteur, über, also wirklich alles. Alles, wo man in irgendeiner Art und Weise vor allen Dingen natürlich auf Qualität geht. Denn man macht nicht umsonst, geht man nicht umsonst hin, dass man bei einem aktuellen Rimworld, geht man nicht umsonst hin, dass man auch gerade bei Handwerkern oder bei guten Ärzten gesunde Körperteile, wie zum Beispiel Arme, ersetzt oder bei Schützten zum Beispiel Augen ersetzt, indem man dann eben bionische Sachen einsetzt oder sagen wir mal sogar Arco-Tech-Sachen einsetzt. Weil die schlicht und ergreifend natürlich erstmal haltbar sind, auf der einen Seite aber natürlich vor allen Dingen ein besseres Handling geben. Also dann kann man dieses Körperteil zu wahrscheinlich 150% oder sagen wir mal 125% oder sowas benutzen. Und das führt letzten Endes nur zu einem, nämlich, dass der Handling-Faktor, die Manipulation hochgeht. Und das ist super, super wichtig. Ich sage immer, lasst niemals einen Arzt an eure, an eure, ja, Verwundeten ran oder sowas, der unter Drogen ist, der quasi weniger Bewusstsein hat, der auf jeden Fall, das führt nämlich alles dazu, dass halt die Manipulation eingeschränkt wird. Und das ist super wichtig. Und dementsprechend klingt das hier erstmal relativ random, aber das kann ein super, super starkes Gen sein, weil, ne, man kann das, man muss, ihr müsst euch ja immer vorstellen, man kann das ja auch zum Beispiel mit den Ideologien kombinieren. Und jetzt stellt euch einfach mal für einen kurzen Moment vor, der Mensch hat Vorrang ist ja, was Ideology angeht, sowieso schon komplett broken, dass du da wirklich dann, ich sage mal, ja, Meisterwerke oder sogar legendäre Sachen im Fließband produzieren kannst. Jetzt stellt euch mal einen Porn vor, der vielleicht zwei gute, im besten Fall sogar Argo-Tech-Arme geladen hat, also sprich auf 125% dann eben basteln kann, der Konstruktion oder sagen wir mal Handwerk auf 18, 19, 20 hat und der zusätzlich noch so ein Schweifenden dran hat, womit dann nochmal die Manipulation erhöht wird und dann bist du noch vielleicht Produktionsspezialist, du kannst halt legendäre Sachen rauspumpen am Fließband. Also, ne, allein die Möglichkeiten, die sich jetzt aus hier diesem einen Gen-Dings hier ergeben, die sind grenzenlos, insbesondere halt in der Mischung aus verschiedenen anderen Sachen aus den anderen DLCs. Also, ziemlich cool. Mal so ein Beispiel. Klingt relativ random, scheint aber eine ziemlich coole Sache zu sein. Coole Idee auf jeden Fall. Dann gibt es einen starken Magen. Ich denke, ist relativ selbsterklärend, ist natürlich in der Lage dann Toxine rauszufiltern aus dem Essen. Wird wahrscheinlich dazu führen, dass man auch, ja, eben verschmutztes oder giftiges Essen essen kann. Wird niemals an Food Poisoning, also sprich an Lebensmittelvergiftung leiden und kann sogar verrottetes Essen essen. Ziemlich coole Idee. Wie jetzt genau verrottetes Essen aussehen wird, weiß ich nicht. Kann sein, bisher gibt es kein verrottetes Essen. Wenn zum Beispiel Fleisch verrottet, dann ist das einfach weg. Verschwindet das einfach. Es gibt in gewisser Art, also es gibt bisher kein Rotten Food, zumindest wäre mir nichts davon bekannt. Vielleicht wird das neu eingeführt, dass dann dementsprechend die Nahrung vielleicht nicht mal mehr wirklich gekühlt werden muss, dass man Fleisch so lange aufheben kann, dass es auch in einen Rotten Zustand dann übergeht, in einen verrottenden Zustand. Und dass man das trotzdem mit einem starken Magen dann trotzdem noch essen kann. Also unter Rotten Food kann ich mir aktuell nichts vorstellen. Food Poisoning kennen wir natürlich alle zu gut. Ist eine coole Sache, sehr, sehr stark. Food Poisoning ist eine üble Sache, insbesondere wenn man gerade am Anfang steht. Cooles Startgen wahrscheinlich. So, dann gibt es die psionische Bindung. Leute mit diesem Gen binden sich an eine einzelne Person für ihr ganzes Leben. Also dieser Pinguin- bzw. Schwan-Effekt, nehme ich an. Und dafür teilen sie ein psionisches Band mit diesem. Und wenn sie halt nah an ihrem Seelen, ich nenne das jetzt einfach mal bei ihrem Seelenverwandten sind, dann sind sie sehr glücklich. Aber wenn der Partner halt eben stirbt, dann sind sie, ist das halt katastrophal für die Mentalität. Also das gibt es jetzt in gewisser Weise auch schon mit einfach verheirateten Paaren oder wie auch immer, die sehr, sehr stark aneinander gebunden sind. Das hier scheint nochmal ins Extreme zu gehen. Wenn man diese Leute, die halt aneinander gebunden sind, von vornherein gut und sicher beieinander halten kann, dann sind die halt sehr, sehr glücklich. Dann wird es wahrscheinlich nicht sehr schwierig sein, die glücklich zu halten. Wenn einer von denen halt weg ist, wie auch immer, oder sogar stirbt, dann wird es natürlich katastrophale Auswirkungen haben. Coole Sache, klingt gut ausgewogen. Ich denke mal, es wird das Kolonieleben erheblich erleichtern, wenn zwei Leute immer super glücklich sind. Auf der anderen Seite wird das die Kolonie wahrscheinlich komplett in den Ruinen treiben, wenn halt einer von denen dann stirbt. Dann gibt es den Gen, den den Kolonisten robust macht. Letzten Endes heißt das auch nur, dass man weniger Verletzungen davon trägt als andere mit demselben Schaden. Gibt es jetzt auch schon diese Eigenschaft, die hier nennt sich C. Und dementsprechend kann das sogar, ich wollte gerade sagen, ob das auch stacken kann mit Tuff. Das ist nämlich, Tuff ist nämlich genau diese Eigenschaft, von der ich gerade gesprochen habe. Und dementsprechend kann man, wow, das ist ja super broken. Also es gibt quasi aktuell kaum einen bescheuerteren und überladeneren Trade als tatsächlich Tuff. Tuff ist unglaublich stark. Das kompensiert einfach 50% des kompletten eingehenden Schadens. Und das gilt halt, glaube ich, soweit ich weiß, für alles. Und wenn du das jetzt noch kombinieren kannst mit Robust, also das ist schon echt heftig. Und wie gesagt, das gilt jetzt natürlich vor allen Rüstungen und so weiter. Oder beziehungsweise unter allen Rüstungen. Das heißt also, du kannst theoretisch gesehen dir einen Tank basteln mit, ne, lass mich mal aufzählen, mit Katapraktrüstung, mit Steinhautdrüse, ich weiß gar nicht, mit spezieller Unterkleidung, vielleicht noch aus Teufelsgarn oder sogar aus Thrombo-Leder, kann man hier auch noch ein Hemd machen. Allein diese Kombination ist schon absurd broken. Ich habe es selber ausprobiert, als wir diese 6-Mann-Challenge gespielt haben mit der Karawanen-Challenge. Und wenn du dann noch robust oben drauf packst und C, also dieser Porn dürfte super, super schwer zu töten sein. Auch eine ziemlich coole Sache. Also bisher, ihr merkt schon, ne, dass man keine Food, ne, dass man kein Food Poisoning bekommen kann, dass man seine Manipulation hochschraubt, dass man robust bekommen kann, obwohl man schon C ist. Das sind Kombinationen, die sind in der Theorie super stark. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wo da die, die Schwachstelle liegt. Wahrscheinlich im Besorgen dieser Gene. Aber, und jetzt auch noch never sleep, holy shit. Das, da muss man nie wieder schlafen. Crazy. Das ist halt auch, du, du arbeitest halt einfach ein Drittel länger, ne. pro Tag. Wahnsinn. Oder sagen wir mal zumindest ein Viertel. Dann Ageless, man, man, man altert nicht. Wow. Holy shit. So, great shooting. Ähm, irgendein anderer wird natürlich dann das Shooting Level erhöhen. So, den Shooting Skill bei 8. Jetzt ist natürlich die Frage, was ist denn schon, wenn man sowieso schon Shooting auf 20 hat, schießt man dann auf 28? Also, boah, das hat Potenzial ultra broken zu sein, hier das hier. Vor allen Dingen in Kombination von dem, was es schon gibt. Also crazy, was hier schon für Beispiele dabei sind. Dann Psychic Addict Immune, also sprich, das kann man wahrscheinlich Drogen nehmen, ohne jemals abhängig zu werden. Wow. Auch richtig OP. Also die meisten Drogen, gerade sowas wie Gojuice oder so, komplett, ne, ich sag's immer, die Leute, die unter Gojuice angreifen, richtig, richtig heftig. Die stehen, die, die, die verbluten im Stehen, die werden nicht ohnmächtig, die kämpfen wirklich so lang, bis sie im Stehen sterben. Und deswegen, die einzige Schwäche dieser Drogen, dieser, ich nenn's fast Kampfdrogen in Rimm World, ist halt die Tatsache, dass du immer abhängig werden kannst. Und dass du dementsprechend dann halt von der, wenn du von der Abhängigkeit loskommen möchtest, was zu empfehlen ist, weil du ansonsten massive, ne, körperliche Einschränkungen irgendwann haben wirst. Das ist halt das einzige, die einzige Schwachstelle dieser Drogen. Und du kannst es halt mit einem Gen, kannst es halt ausstellen. So, und jetzt bin ich gespannt. Was ist Death Rest? Mh, so, also Träger dieses Gens müssen sich, äh, periodisch regenerieren, äh, in einem speziellen Koma, dass Death Rest, also Todesruhe genannt wird. Ich übersetze das jetzt einfach mal. Todesruhe, äh, kann Tage beanspruchen, mh, aber wird dann halt zu substanziellen Boni führen, äh, mit der richtigen Infrastruktur. Also, okay. Und das, also, also anscheinend ist, gibt, ist das eine, ist das so eine Art, ja, Stasis, in die man da geht, so stelle ich mir das am besten vor. Und da kann man substanzielle Boni rausbekommen, also das klingt, also wenn das hier bisher noch keine substanziellen Boni sind, dann will ich gar nicht wissen, was das hier macht. Ich, mich hätte jetzt sogar nicht überrascht, dass man damit überhaupt gar nicht mehr sterben kann, so nach dem Motto, dass du da wirklich zum Zombie wirst, solange du halt irgendwie eine Möglichkeit hast, dich zu erholen, sobald du mit einem Haufen geschossen wirst, wirst du halt quasi unsterblich. Das würde jetzt noch fehlen. Aber, ne, wenn das hier schon keine krassen Boni waren, dann will ich gar nicht wissen, was man hier rausbekommt. Und jetzt steht hier noch, dass man diese Todesruhe tatsächlich sogar noch erweitern kann oder sogar noch beschleunigen kann, indem man da dementsprechend dann halt eben eine, ja, breite Palette von Buildings, beziehungsweise Gebäuden und dann Technologien benutzt. Ich kann mir vorstellen, das wird so eine Art Schlafzustand sein und diesen Schlafzustand kann man mit hoher Wahrscheinlichkeit effektiver und schneller gestalten, wenn man den in ein sehr gutes Bett reinlegt, wenn man den in irgendeinen Bioformerkapsel reinlegt. Es gibt ja, wie gesagt, mit Ideology gibt es ja zahlreiche Sachen noch zur Auswahl. Also auch hier nochmal der Hinweis, wie auch immer diese Boni aussehen, kann man auf jeden Fall die negativen Aspekte dieses Gens, hier haben wir zumindest mal ein Gen, wo man auch deutlich mal was Negatives erfährt. Also es ist nicht rein positiv, wie das hier alles, sondern es ist tatsächlich auch mal mit einem negativen Punkt versehen, nämlich, dass man da dieses Koma ausschlafen muss, aber auch dafür gibt es schon wieder Hilfsmittel an die Hand. So, das ist nur ein kleines Sample, also eine kleine Bandbreite von den mehr als 200 Genen, die es in Biotech geben wird. 200. Wie viel waren das jetzt hier? 2, 4, 6, 8, 10, 12 von 200. Also ich kann mir natürlich vorstellen, dass die jetzt so ein Stück weit das am meisten, also ne, dass die den fancy Stuff rausgenommen haben, der dir jetzt halt erst mal super OP und super cool wirkt oder sagen wir mal zumindest den größten, ja, den größten Impact haben könnte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles, dass das 200 Stück und mit solchen krassen Auswirkungen gibt. Da wird wahrscheinlich auch sehr viel dabei sein, wie Haarfarbe, wie Xenotypen, also sprich, irgendwelche Ohrläppchen und hast du nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das 200 Gene sind mit so krassem Impact. So und das wird auch wahrscheinlich dann jetzt hier im nächsten Absatz beschrieben. Gene kommen in zwei verschiedenen Flavors, also Geschmacksrichtungen. Wird wahrscheinlich so nicht gemeint, aber in zwei verschiedenen Richtungen halt eben. Das sind einmal diese Germlines und dann einmal die Xenogens und ich vermute mal, jetzt werden wir auch erklärt bekommen, was das im Einzelnen heißt. Diese Germlines, das sind die, ne, das sind die Everyday quasi oder sagen wir mal die Gene, die halt sowieso in jeder Zelle vorhanden sind im Hostkörper und das wird halt dementsprechend dann auch weiter vererbt an die Kinder, also sprich, das sind die ganz normalen Gene eines Menschen und da kann das halt eben natürlich dann sein, dass das eben die Haarfarbe, die Hautfarbe und weiß ich was alles, also ich sag mal die ganz normalen Gene, wie das bei normaler Fortpflanzung sowieso mit der Fall ist, dann gibt es die Xenogene und die werden tatsächlich nur von Hand transplantiert und können oder implantiert und können nicht weiter vererbt werden. Das ist sehr interessant, denn damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin, als ich die ganzen Familien da mit irgendwelchen, ja, Vampirzähnen und Häschenohren gesehen habe, hätte ich eigentlich gedacht, dass die Kinder auch von den Xenogenen profitieren, allerdings scheint man, also ich gehe mal stark davon aus, who cares, wie die Haarfarbe und die Hautfarbe ist, ganz ehrlich, das ist natürlich was, das kann man easy weitergeben. Das hier auf der anderen Seite, wenn man da halt ein, zwei Leute hat, die theoretisch gesehen diese Gene mitbringen und die dann vielleicht sogar noch bei der Reproduktion vermischt werden oder vielleicht sogar beide mitgenommen werden, wenn man das hier ohne irgendeine Art und Weise von Kosten an die Kinder weitergeben würde, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bekommt Kinder in eurer Kolonie, weil, also, da sind wirklich Sachen dabei, die sind super broken und dementsprechend finde ich es gut, dass man diese Xenogene und dazu zähle ich jetzt wahrscheinlich auch die mit dazu, dass man die tatsächlich dann eben nicht weiter vererben kann, sondern, dass man die dann wirklich auch implantieren muss. So, und dann sieht man hier auch nochmal, wie das Ganze aussieht, also dieses Sampling von Genen und dieses Zusammensetzen von Genen. Hier kann man Templates sich speichern und dementsprechend auch laden. Auch cool, dass sie das schon mit dabei haben, denn bei 200 Genen wird das ansonsten ein gigantisches Gepuzzle. Ja, also wir können ja mal kurz drüber gucken, ich werde das wahrscheinlich nicht, wir werden es wahrscheinlich jetzt nicht alles mitnehmen. Hier, das ist Hitzetoleranz, ein kindlicher Instinkt, man wird wahrscheinlich hier extra Schmerz aushalten können, Kältetoleranz, Blutdurst, kann man sogar wahrscheinlich ein Blutrünstigen draus machen, finde ich cool. Dann haben wir hier eine helle, gelbe Haut, dann haben wir hier eine röhrende Stimme oder eine brüllende Stimme, grüne Haut haben wir mit drin, Genenimplantat, ich weiß nicht, was das hier ist, vielleicht so eine Art Art Skill, dann hat man hier perfekte Immunität, wow, ne, also du bist vor allem Krankheiten geschützt, crazy overpowered, also da, es sind Gene dabei, also ich weiß nicht, ob die wirklich so overpowered sind, aber das, stell dir mal vor, du bist gegen jede Art von Krankheit immun, also gegen jede, das ist sogar ja besser als Pinox. Ich weiß nicht, also perfekt klingt halt, da ist wenig Spielraum dabei. So, Sleepy wird wahrscheinlich dann, es wird wahrscheinlich auch negative Sachen geben, Sleepy wird wahrscheinlich dann einfach sein, dass du mehr schlafen musst, also ist ja logisch, du kannst ja nicht einfach nur positive Gene haben, du musst natürlich in irgendeiner Art und Weise auch was Negatives haben und die vielleicht sogar kombinieren müssen, ich weiß jetzt noch nicht genau, wie diese Punkte aussehen, aber dass man da vielleicht sogar so eine Art Gegenwicht halten muss, dass du keinen Porn, die erstellen kannst, der komplett overpowered ist oder dass vielleicht jeder Porn halt von Grund auf halt auch negative wie positive hat und dass man halt die Negativen erst raus operieren muss oder raus genetisch manipulieren muss und dementsprechend dann Platz für neue hat, weil ich kann zumindest jetzt schon mal festhalten, es sind immer nur Platz für drei Gene, zumindest sehe ich maximal hier immer nur drei, ich habe noch keinen gesehen mit vier, das scheinen ja irgendwie, ach ne, das sind Gen-Packs, ich kann mir vorstellen, dass man halt immer nur einen Gen-Pack in einen Kolonisten einpflanzen kann, das werden dann halt wahrscheinlich diese Tanks hier sein, weil das sieht mir auch so aus, als wären das hier, das sind eins, zwei, drei Möglichkeiten, das heißt man wird nicht mehr als drei Gene einpflanzen können und wahrscheinlich wird es auch da eine Mischung geben, wo da das Maximum liegt, also sprich, dass man nicht irgendwie drei Super-Gene anpflanzen kann oder wie auch immer, kann ich mir vorstellen, ich weiß es nicht, so dann haben wir hier noch den starken Magen, psionisch, also dass sie irgendwie psionisch wahrscheinlich nicht ganz so ausgeprägt sind oder eher mental taub, nochmal Kältetoleranz, ne Quatsch, hier ist sogar Cold Weakness, also dementsprechend das ist auch eine Schwachstelle, sind weniger kälteresistent, da haben wir die psionische Bindung, den langsamen Rennen, also ein langsamer Läufer ist tatsächlich auch was Negatives, Gaunt Head, weiß ich nicht genau, was das ist, keine Ahnung, irgendeine besondere Schädelform, nochmal langsamer Läufer, Schweineohren, lila Haut, schneller Läufer, Cold Super Tolerant, also nochmal eine Steigerung zu Cold Tolerant, kann man anscheinend auch super tolerant sein, ich würde sehr gerne mal sehen, wo jetzt hier der Unterschied liegt, dass ich kann mir, also ich weiß noch nicht genau, was die Symbole hier aussagen, kann ich euch noch nicht gesagt, das wird wahrscheinlich später erklärt werden, so dann haben wir hier die Resistenz gegen Gift, dass man Bart, also sogar der Bartwuchs kann beeinflusst werden, dass man keinen Bartwuchs hat, dass man grau ist, also graue Haut, große UV Sensitivität, also dass man wahrscheinlich unter Sonne schnell Sonnenbrand bekommt, dass man sehr aggressiv ist, dass man schwachen Milischaden austeilt, langsamer Schläfer, grüne Haut, nur buschige Bärte, so, Unisex-Bärte, also sprich, dass man auch als Frauen einen Bart kriegen kann, Floppy Ears, also irgendwelche Hängeohren, wieder gelbe Haut, Heavy Jaw, ne, ne schöne Jawline, das passt ja wunderbar, finde ich gut, ne, die Kenner gewisser Clips wissen, was ich irgendwo drauf ich anspiele, dann haben wir hier Heavy Eyebrows, also ne, die Monobraue, dann haben wir Mini-Hörner, ähm, welche, ich weiß nicht genau, was das hier ist, irgendwelche Narben oder so, was, irgendwelche Gesichtsnarben oder so, dass man eher dick ist oder eher, also ne, eher, ich sag mal, eher rundlich ist, um das mal diplomatisch auszudrücken, oder eher halt ein Schrank, äh, ich hab nochmal einen Schrank, nochmal graue Haut, äh, robuste Verdauung, nehme ich mal an, heißt das hier, dann haben wir hier eine Zelleninstabilität, also eine, anscheinend ein Ungleichgewicht bei den Zellen, das scheint auch was sehr Negatives zu sein, würde ich sagen, ähm, elongated fingers, also verlängert, heißt das verlängerte Finger? Wahrscheinlich auch, was den Handlingfaktor angeht, sind auch teilweise ein paar Sachen dabei, mit denen hätte ich niemals gerechnet, hier, sowas zum Beispiel, also ne, die verlängerten Finger oder die, die Instabilität der Zellen, vielleicht kann das sein, dass dann irgendwelche genetischen, äh, Modifikationen schneller wieder verrauchen, kann sogar sowieso sein, dass das hier eine Art Wegwerfwaffe ist, dass man dann immer diese Gene immer wieder nachpumpen muss, ich weiß nicht, was das hier sonst sein könnte, dann haben wir hier den, den Schweif, den man sich anpflanzen kann, ähm, ne, dass man ein guter Künstler ist, also anscheinend wird, äh, wenn auch gewisse Skills können vererbt werden, oder, ähm, was haben wir hier noch, ne, hier ist man gegen, äh, ja, Drogenimmun, und hier hat man eine schwache Immun, ein schwaches Immunsystem, also ich weiß jetzt leider immer noch nicht, was diese, ach hier, lol, da, hier wird's einfach erklärt, ah, okay, also, ne, anscheinend, ah, okay, cool, 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 also anscheinend kann man diese Komplexität nicht unendlich hochschrauben, mh, und gleichzeitig kann man aber auch damit dann, ah, okay, jetzt, I, I see, okay, das ist ja mega cool, ich hätte mir vielleicht erstmal die Legende durchlesen sollen, also man kann das nicht unendlich komplex machen, ne, es gibt einige Sachen, die sind gar nicht komplex, wie zum Beispiel der, der Körperbau oder halt eben die Hautfarbe, die kann ja auch einfach so vererbt werden, dann gibt es andere Gene, die sind halt sehr viel komplexer, wie zum Beispiel die, ja, robuste, ne, also, ne, die robuste Verdauung oder hier, weiß ich gar nicht, zum Beispiel die UV-Sensibilität oder hier, ich weiß nicht, das hier wird wahrscheinlich super komplex sein, ja, die, die perfekte Immunität, ne, also wenn das hier, Crayskin ist ja offensichtlich mit so gut wie gar nichts behaftet und dann ist das hier einfach, hat dann volle zwei oder drei, also je, je besser die Gene sind, desto komplexer wird das Ganze, man hat da also anscheinend nur einen bestimmten Satz an Komplexität dann eben zur Verfügung und vor allen Dingen das Wichtigste ist und das wird wahrscheinlich der Banning Synchron sein, ähm, je höher die Flamme, also je, je höher quasi die Gewichtung von diesem, ja, Gen ist, desto mehr wird wahrscheinlich die Hungerrate steigen, also sprich, je mehr OP das Ganze ist, desto mehr, keine Ahnung, kann ich mir vorstellen, man weiß es nicht, also Minus scheint eher dann den Hunger anzutreiben, während Plus das Ganze dann eben die Hungerrate runternimmt, hier das scheint eher, ne, das scheint den Hunger eher anzutreiben, während das hier sieht mir eher nach einer Schwachstelle aus, das scheint den Hunger dann eben, also man kann schlechte Gene, man kann Schwachstellen in Genencode wahrscheinlich dann mit einer Hungerrate ausbalancen, dass man dann weniger essen muss, auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich mehr essen, wenn man starke Gene mitnimmt. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob diese Erklärung stimmt, man sollte die Gene tatsächlich, ja, quasi carefully auswählen, also sprich, sorgsam, denn sehr starke Gene können tatsächlich auch den Metabolismus beeinträchtigen und dementsprechend braucht man mehr Essen, also genau das, was ich gerade erklärt habe, relativ knapp zusammengefasst in einem Satz, je besser die Gene, desto mehr Hunger, So, auf der anderen Hand, beziehungsweise auf der anderen Seite kann es natürlich dazu führen, dass Gene, die dementsprechend eher, achso, das andere Gene quasi, die Gene mit Drawbacks, also sprich Gene mit Schwachstellen, dann eben die metabolische Eigenheiten des Körpers dann eben effizienter macht. Ohne, habe ich auch eben gesagt, Gene mit Schwachstelle, weniger Hunger, Punkt. So, einen funktionierenden Xenotyp dann eben zu erstellen, ist tatsächlich ein durchdachtes Balancing, also ein Balanceakt und dementsprechend ist es wichtig, eine gute Auswahl an, ja, Stärken und eben Schwächen auszuwählen, damit man wahrscheinlich nicht den ganzen Tag im Speisesaal hängt und sich dann einen Miel nach dem anderen reinpfeift, sondern vielleicht dann auch, dass man ganz bewusst bei einigen Stärken dann auch einige Schwächen mitnimmt, damit das halt ein halbwegs ausgeglichener Mensch bleibt. Also unabhängig davon, ob das überhaupt erlaubt ist, dass man nur OP-Sachen mitnimmt, kann das natürlich dann auch eher hinderlich sein, weil dieser Mensch dann, obwohl er eigentlich nur positive Eigenschaften hat oder nur großartige Eigenschaften hat, wahrscheinlich kaum noch funktionabel ist, so wie wir das immer gerne ausdrücken bei unserem Stream und dementsprechend ist kaum noch funktionsfähig das Ganze. So, dann, ja, da wird wahrscheinlich jetzt nochmal ein Beispiel genannt, also, ja, man kann sich tatsächlich zum Beispiel einen muskulösen, ja, Tunnelgräber quasi ranschaffen, der aber dann vor der Sonne Angst hat oder eben einen schlaflosen, ein schlafloses Genie, was aber dann tatsächlich Smokeleaf braucht, um zu überleben. Finde ich ziemlich coole Beispiele, also wie gesagt, auch hier deutliche Stärken und Schwächen, mal wieder, sehr ausgewogen klingt das, ein typischer Tunnelgräber, der wahrscheinlich dann mit Ideology nochmal besser wäre, der aber gleichzeitig überhaupt keinen Bock auf Sonne hat und gleichzeitig hier ein Forschungsgenie, ein, das niemals schlafen muss, aber tatsächlich dann Smokeleaf braucht, um halt eben zu überleben, weil man kann dann anscheinend auch an fehlenden Drogen sogar sterben. Ähm, die Möglichkeiten sind endless, das glaube ich sofort. Also wenn man wirklich 200 verschiedene Möglichkeiten hatten und die alle untereinander mehrmals kombinieren kann, da kommt da ein unendlicher Parallel daraus. Super, super cool. Also, ich habe mir das in ähnlicher Form vorgestellt, ich hätte bei weitem nicht gedacht, dass es so komplex wird. Ich kann mir vorstellen, es gibt natürlich Varianten, die sind mal wieder besonders cheesy und besonders hervorzuheben, aber es kann, also, während Ideology mit, weiß ich nicht, dem halben Dutzend oder sagen wir mal Viable Ideologien oder sagen wir mal mit der theoretischen Auswahl von zwei Dutzend Ideologien, ich weiß nicht, ob es wirklich so viele sind, eine gigantische Palette bietet an Kombinationsmöglichkeiten, ist das immer noch ein Mückenschiss gegen das hier. Also das ist ja crazy. Da kannst du halt nicht, du kannst ja trotzdem mit Ideology deine, deine, deine Kolonie komplett anpassen, aber dann hast du für das Individuum selbst nochmal eine noch größere Palette. Also wer hier nach immer noch sagt, Rimworld bietet nicht genug Spielerspielwert, der hat entweder komplett Lack gesoffen oder lebt in einer Parallelwelt, weil, also hiermit, also selbst wenn du halt einzelne genetische Punkte nicht weiter vererben kannst, sei es drum, also damit kannst du dir wirklich, du hast ja sowieso schon meistens super verschiedene genetische, beziehungsweise super viele, super verschiedene Kolonisten, die du halt random mit reinbekommst und dann kannst du die halt noch weiter individualisieren und noch weiter halt eben, also ganz ehrlich, das ist ja crazy. Ich freue mich riesig, das habe ich tatsächlich in der Form nicht erwartet, aber man kann ja auch mal positiv, ich war sowieso schon positiv überrascht von dem allen, aber das hier liegt nochmal eine Schippe drauf, finde ich ziemlich cool und ja, jetzt bin ich sogar gespannt, es war noch nicht mal das Ende hier, ich freue mich jetzt schon, dabei habe ich noch nicht meinen letzten Absatz gelesen, die Powerfuls, also die stärksten Gene brauchen tatsächlich auch eine Archive-Kapsel, ich weiß nicht genau, was das ist, eine irgendeine Art von Kapsel, es sind also kleine Container von mikroskopischen Maschinen, die von superintelligenten Architech-Ingenieuren wahrscheinlich gebaut wurden, so, wait, wait, was? Diese, diese Devices, also diese Anwendung, beziehungsweise diese Kapseln, sind in der Lage, Gene mit physical, also mit physischer und psychischer ja, möglich, also, also, so wie ich das jetzt hier deute, ich versuche das mal zwischen den Zahlen zu übersetzen, das ist ein relativ komplizierter Satz, wie ich persönlich finde, also anscheinend ist man hier an einem relativ striktes Konstrukt quasi gebunden, man kann halt nur so und so viele OP-Gene mitnehmen und dementsprechend dann halt den negativen Sachen tanken, aber es gibt trotzdem Grenzen, also sprich, obwohl man hier schon quasi das Ganze unter Kosten gesetzt hat, das heißt, wenn du dir nur OP-Kram auflädst, musst du halt ewig viel dafür bezahlen, dann gibt es trotzdem immer noch Möglichkeiten, die rein recht und recht nicht machbar wären, also sprich, es gibt anscheinend Gene, die so hart bewertet werden, dass man die nicht ineinander kombinieren könnte und da gibt es anscheinend eine Möglichkeit, diese Gene in dieser Kombination schon gefunden zu haben oder beziehungsweise finden zu können, dass man diese halt eben von super intelligenten Architech-Schmieden oder wie auch immer dann schon zusammengesetzt bekommen hat und diese dann wahrscheinlich entweder kaufen, finden oder durch Quests eben bekommen kann. Ich kann mir vorstellen, das ist so eine Art Superbelohnung, es stark zu vergleichen mit bionischen Körperteilen, die man sich selber bauen kann und Architech-Körperteilen, die man halt nur über ja, Loot, Quests, wie auch immer, bekommen kann. Ziemlich cool, ist einfach nochmal eine Schippe obendrauf, dass man quasi nochmal als Sonderbelohnung eine Genkombination mitnehmen kann, die diesen Porn wirklich absolut einzigartig macht, also wirklich auch nicht reproduzierbar. Auch gerade das ist dann nochmal natürlich cool, dass das dann logischerweise nicht vererbbar ist. Man stellt sich mal vor, man findet zwei oder drei von diesen Super-Gendingern und züchtet sich dann einfach eine Familie aus super, ja, aus extrem Super-Menschen und finde ich ziemlich cool. So, Beispiel davon gibt es natürlich auch noch und zwar, ne, Perfect Immunity ist tatsächlich anscheinend also ein super, super Gen, ach, das wird sogar hier dargestellt, na, das sind anscheinend diese Architech-Gene, die kann man anscheinend nur finden oder wahrscheinlich vielleicht auch durch Extraktion erwerben, allerdings muss man natürlich dann erstmal einen Porn davon finden, der das in sich trägt. Also, ne, perfekte Immunität, äh, Super-Heilung oder sogar Unsterblichkeit. Ähm, ja, das sind tatsächlich all die Sachen, die auch hier oben schon mal genannt wurden, die auch hier mit drin sind, bin ich tatsächlich beruhigt. Äh, sehr viele von den, oder sagen wir mal einige von den Dingen, wo ich gesagt habe, komplett OP, äh, wahrscheinlich hier Ageless, ne, Ageless wird wahrscheinlich Immortal sein in dem Fall und dann, äh, ja, ne, super Immun hatten wir, glaube ich, weiß ich, ob das hier drin war. Auf jeden Fall scheint das relativ ausgewogen zu sein, dass man das halt eben nur, ja, ich sag mal, in Kombinationen finden kann oder halt eben, ja, durch Quests bekommt oder so. Super cool, ne, hat mir extrem gut gefallen. Während ich jetzt, von dem gestrigen Video, in Anführungszeichen, nicht ganz so vom Hocker gehauen war, also von, von dem Inhalt, im Sinne von, da war sehr viel Erwartbares dabei, ist das hier, wie ich persönlich finde, zum größten Teil Mindplowing, also ich hätte schon gedacht, dass es relativ komplex wird, aber das hier sieht sehr, sehr cool aus, da bin ich umso, umso mehr gehypt. Ich finde, das ist ein, ein gutes Gegenstück zu den, ähm, zu den Mechanoiden, denn ich persönlich hatte so ein bisschen Angst, wir haben uns jetzt tatsächlich mehrere Videos, ja, zu Mechanoiden quasi, habe ich gedreht für euch und ihr, vielleicht habt ihr euch das angeguckt oder angehört, da hatte ich so ein bisschen Sorge, dass man da so ein Stück weit den Kolonisten aus dem Fokus verliert. Ich meine, klar, es wird immer wieder so der Rückstoß genommen, so nach dem Motto, du brauchst den, äh, Mechanator und du brauchst, oder du willst halt weiterhin, äh, die, die Kolonisten auch in den Vordergrund rücken, gerade mit der Familie und allem ist das auch so semi immer noch der Fall, ne, ich denke, dass das Kinder hüten und vielleicht auch Kinder bekommen einen sehr großen Faktor einnehmen wird, denn offensichtlich kamen Kinder einen sehr großen Impact in die Kolonie oder können zumindest einen sehr großen Impact haben, trotz allem wird man wahrscheinlich sehr viel mehr kämpfen, ähm, weil halt einfach ein, es ist einfach durch die Mechanoiden, du bekommst halt einfach einen Laden mit Superwaffen an die Hand gedrückt und dementsprechend wird es dann auch sehr viel mehr Kämpfe geben in Rimworld und es gibt ja sowieso schon immer sehr viele Kämpfe. Das hier finde ich persönlich nochmal einen schönen, einen schönen Balanceakt, dass man halt auch die, äh, Pons überhaupt nicht aus den Augen verliert, weil halt einfach über diese Mechanik hier so viel Variation drin ist, da schlicht und ergreifend die natürliche Neugierde, zumindest kann ich da nur für mich sprechen, also das macht mich so neugierig, dass ich sogar fast sagen würde, scheiß auf die, äh, auf die, auf die Mech Commander. Ich will erstmal hier rundherum durchprobieren, wie mir da die, die Schnauze steht, weil, wie gesagt, 200 Kombinierungsmöglichkeiten und da sind auch super interessante Sachen dabei, also dieses, diese psionische Bindung zum Beispiel oder auch hier dieses mit dem Schweif, dass man da besser manipulieren kann, also, ne, wäre ich halt überhaupt gar nicht drauf gekommen, dass man überhaupt so was mit dem, also, ne, dass man überhaupt so was erfinden könnte. Ziemlich cool, wie gesagt, äh, verschiebt den Fokus auch ganz klar nochmal in Richtung Kolonisten, sehr ausbalanciert, also, ich bin bisher von dem Inhalt in dem DLC, das ist ja bisher alles nur, in dem Fall weiß auf schwarz, was wir hier alles lesen, ich hab ja noch nichts Ingame gesehen, aber wenn das tatsächlich auch nur halb so sehr abliefert, wie das hier beschrieben ist, bin ich jetzt schon sehr zufrieden mit dem DLC. Es bleibt natürlich, und das wurde heute tatsächlich auch mal kurz angesprochen bei mir im Stream, ähm, es bleibt natürlich die Frage, wie weit ist das alles, naja, ich will jetzt nicht sagen, bug sicher wird es wahrscheinlich niemals sein, aber inwiefern ist das alles balanciert, das stelle ich mir unglaublich schwer vor, bei so vielen verschiedenen Möglichkeiten, die man da kombinieren kann. 200 Dinge, die man kombinieren kann, sind natürlich auch mindestens 10 Möglichkeiten, die komplett broken sind, und dementsprechend das zu balancieren, dürfte sehr schwierig werden, und vor allen Dingen auch, den ganzen Laden bugfrei zu halten, stelle ich mir als absoluten Höllenjob vor. Jetzt mal bei den Mechs hin oder her, eine Mechs zu produzieren, relativ straight vorab, die, die, die Commander zu rufen, kann wahrscheinlich auch schon, je nachdem wie die landen, wo die sich festbucken, das kann theoretisch gesehen auch schon schwierig werden, aber das hier dürfte die Hölle werden, das hier halbwegs, wie gesagt, bugfrei und fehlerfrei zu halten, da kann ich mir insbesondere vorstellen, gerade in den Anfangswochen und Monaten von, von Biotech, wird es hier wahrscheinlich einige verstörte Gesichter geben, weil vielleicht Dinge nicht das tun, was sie eigentlich auf dem Papier tun sollen, aber ich würde das verschmerzen, also ganz ehrlich, es hat sich bisher immer bei allen DLCs herausgestellt, auch wenn das quasi hirnverbrannte Bugs waren, wie zum Beispiel die Pre-Trades bei, bei Ideology, die am Anfang irgendwelche Höhlenspinnen angegriffen haben, statt deiner eigenen Base, das ist halt relativ hirnverbrannt, das hat gewisse Karten unspielbar gemacht und es hat auch einige Leute zurecht aufgeregt, wenn du da halt direkt am Anfang so eine, so eine Karte erwischt hast, dass du dann deinen Spielstand halt in die Tonne kloppen konntest, bis das mal gefixt wurde irgendwann, das kann im Worst Case auch uns und mir passieren, wenn du dann halt zufällig eine Gehmanipulation, gewählt hast, die leider halt buggy ist oder die halt zufällig genau auf dieser Karte oder in diesen, unter diesen Bedingungen, unter diesem Pawn, halt eben nicht das tut, was sie soll und vielleicht sogar das Spiel kaputt macht oder deinen Spielstand kaputt macht, das kann passieren, ich würde das sogar in gewisser Weise erwarten bei so viel Auswahl, aber das wäre für mich jetzt kein Hinderungsgrund. RimWorld ist letzten Endes unterm Strich halt immer eine Geduldsprobe, es ist irgendwie immer eine gewisse, gewisses Maß der Leidensfähigkeit und wenn man schon so viel Inhalt bekommt und das vor allen Dingen auch jetzt tatsächlich im Hauptspiel, also sprich ohne eine Modifikation, dann kann man, wie ich persönlich finde, auch mal ein Auge zudrücken, also ich wäre zumindest bereit dazu, denn das hier ist so viel Inhalt, da wird man wahrscheinlich etliche, etliche hundert Stunden Spaß mit haben können und ist klar, dass das am Anfang nicht alles 100% rund läuft, aber wir lassen natürlich auch gerne von was Positives überraschen, wenn es alles rund läuft, bin ich der Letzte, der irgendwie da in dieser Art und Weise Bedenken geäußert hat. Ja, das ist jetzt für mich erstmal das letzte Video, ich habe jetzt, wie gesagt, zu diesem Stand, diesem Zeitpunkt, habe ich noch keinen weiteren Blogpost, es wurde nochmal einer versprochen, ich glaube auch speziell nochmal zu den Genetik, hier, da war es noch, zu den Xeno-Human-Factions, ich erwarte da ehrlich gesagt, keine so großen Neuigkeiten, worüber ich ein bisschen, nur mit einem weinenden Auge drüber schaue, ist, dass man bisher noch gar nichts zu dem neuen Ende gehört hat, ich denke mal, es wird ein neues Ende geben und auch ansonsten, also das sind jetzt reine Mechaniken, die wir bisher über das neue DLC gehört haben, ich denke, ich gehe sehr stark davon aus, wir haben schon von einem neuen Startszenario gehört, dass man direkt schon mit einem, ne, mit einem Mechanoid, also beziehungsweise mit einem, ja, neuen Titelhelden dann eben starten kann, dass man nicht da gar nicht erst irgendwelche Mechs zusammenrufen kann, oder muss, sondern direkt schon die Grundlagen hat, ich hätte fast erwartet, dass es in diese Richtung auch einen Start gibt, dass man vielleicht direkt schon mit einem gewissen Genpool, oder gewissen Gen, ja, Beispielen dann halt eben starten kann, und dann direkt schon wild beim Genetik, ja, Mischmasch quasi mitmischen kann, allerdings wird das wahrscheinlich eben darüber quasi geliefert, indem man halt sich seinen eigenen Xenotyp dann direkt von Anfang an schon zusammenstellen kann, also sprich, dass man das nicht ingame machen muss, sondern halt eben außerhalb, das ist, wie ich persönlich finde, sogar fast noch eleganter gelöst, wenn ich so kurz drüber nachdenke, als meine Methode, denn dann kann man halt sogar beide Starts kombinieren, du kannst deinen Machinator haben, und du kannst natürlich dann auch schon deinen direkt, deinen genmanipulierten Machinator haben, also es sind ja dann quasi sogar zwei neue Starts in einem, deswegen bisher sehr zufrieden, ich gehe stark davon aus, dass man vielleicht sogar noch mal was, ja, zu den neuen Endmöglichkeiten hört, ich weiß nicht, ob es ein neues Ende gibt, kann auch sein, dass es keins gibt, ich wäre jetzt nicht traurig, wenn es keins gäbe, aber es wäre halt natürlich typisch, und ich hoffe ja auch immer noch so ein bisschen darauf, dass man mit so viel, also das ist jetzt, also es gibt glaube ich, es gab noch nie einen Punkt in RimWorld, wo es prädestinierter oder perfekter wäre, einen neuen Erzähler einzufügen als jetzt, ich weiß nicht, ob das zu viel verlangt ist, ich würde es jetzt natürlich nicht verlangen wollen, aber ich sag mal ganz ehrlich, ich würde mich natürlich trotzdem drüber freuen, denn mit einem starken Fokus auf Gene und einem starken Fokus auf Max, das sind zwei sehr, sehr große Pfade, die sie da aufmachen, und die Erzähler haben sich jetzt, wenn sich eines nichts gewandelt hat, in den letzten RimWorld DLCs und in den letzten Jahren RimWorld, dann waren es die Erzähler, die muss man sich nach wie vor mit Mods reinholen, und ich würde tatsächlich quietschen vor Freude, wenn sie uns nicht nur jetzt über das alles hinaus, noch ein neues Ende geben würden, sondern vielleicht sogar noch einen neuen Erzähler, ich würde es mega feiern, aber wie gesagt, das ist halt vielleicht Wunschdenken, deswegen, ich erwarte das nicht, wäre natürlich cool. So, deswegen, habe ich ja schon gesagt, ich denke mal, wenn es da noch was gibt, wenn es noch einen weiteren Blogpost dazu geben sollte, werde ich das natürlich noch zeitnah einsprechen, und dann vielleicht euch noch vorstellen, wenn ihr das wünscht, ansonsten würde ich natürlich auch jetzt einfach mal ganz frech behaupten, es wird jetzt wahrscheinlich dann auch über den Release von Biotech hinaus, dann nochmal natürlich RimWorld Content geben, für, ich sag mal, die ganz Ungeduldigen hätte ich sogar noch das Finale, das ein oder andere Finale, was wir mal gespielt haben, das 500% Finale oder so, aber sind wir mal ehrlich, ihr seid natürlich dann wahrscheinlich auch an Biotech interessiert, ich gucke mal, inwieweit ich dann gewisse Schnipsel vielleicht aus dem Stream rausnehme, die vielleicht besonders denkwürdig sind, unsere erste, unsere erste, ja, Sicht auf die Vampir-Kronie, unsere erste, unser erster Kampf gegen irgendeinen Mech Commander, ich werde da bestimmt ein paar schöne Beispiele finden, die ich dann vielleicht sogar auf YouTube hier festhalte, also es wird auf jeden Fall, das kann ich euch versprechen, in Zukunft auch Inhalt hier weiter zu RimWorld auf dem Kanal geben, vielleicht sogar den einen oder anderen Run, den ich dann möglicherweise so exklusiv für YouTube spiele, denn seien wir mal ehrlich, das bietet jetzt hier so viel Inhalt, da kann man durchaus vielleicht sogar zwei Runs parallel spielen, so ein bisschen auf YouTube und ein bisschen auf Twitch, mal schauen, aber das, wie gesagt, es wird auf jeden Fall noch was dazu kommen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit, hoffe, dass ihr wie immer was aus dem Video mitnehmen konntet, und dann sehen wir uns allerspätestens natürlich diesen Freitag im Stream, da geht es wahrscheinlich so um 18 Uhr dick rein in Biotech, zumindest so früh, wie ich das eben haben kann, ich weiß gar nicht, wann jetzt genau der Release ist, tatsächlich steht es hier nochmal, genau, Releases on 21, also es steht tatsächlich das Datum nochmal diesen Freitag, also für mich diesen Freitag, wenn ihr dieses Video seht, weiß ich nicht, aber ja, die Uhrzeit steht nicht dabei, ich bin gespannt, so früh wie möglich am Freitag, auf jeden Fall haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen, und wir sehen uns dann.